Bei einer Filmproduktion fällt eine Menge kreative Arbeit an. Ein großes Team mit den verschiedensten Fähigkeiten ist gefragt. Was aber, wenn man kein Team hat? Keinen Beleuchter, keinen Tonmann, keinen Kameramann, keine Darsteller? Dann muss man ein Team finden. Aber wo? Die richtigen Leute sind schwer zu finden, außer man sucht an genau der richtigen Stelle. Paz ist die Lösung. Paz ist die Plattform, auf der man ganz genau die Teammitglieder findet, die man für ein erfolgreiches Projekt braucht. Wie das funktioniert? Mitglieder wählen genau ihre Wunschtätigkeiten aus. So findet sich überall das Dreamteam für jedes Projekt zusammen. Und schon können alle mit ihrer kreativen Arbeit anfangen, damit das Projekt ein voller Erfolg wird. Musik 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 Vielen Dank.